Das war jetzt aber übelst klaus. Alles was über 100 geht, haben wir gesagt, ne? Hei, 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 hei. Meine Güte. Oh, die Groschen habe ich nicht mitgenommen vielleicht. Sollte ich vielleicht noch. Guck, da nicht noch Groschen. Hei, 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 hei. Äh, habe ich. Oh, da steht noch der andere, okay. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Was machst du an meinem Pferd, du Drecksack? Geh weg. Ja, vier Stück sind halt nach wie vor immer noch schwer. Kann man machen, was man will. So, 140, das, das, das nochmal mit, das nochmal mit, das nochmal mit. Und den Speck. Die Räucherwurst auch. Boah, das ist auch geil. Speck und Räucherwurst. Nahrung haben wir, sind wir satt. Rüstung, komm mal ein bisschen was ablegen. Äh, und zwar dich, dich, dich. Äh, du kannst weg, bis wir uns ein Pferd reinschmeißen. So. Silbersportbar. Da können wir wieder Geld machen mit. Mann, das ist die. Äh, sonstige, geht es aber. Müssen wir alles ein bisschen was reparieren noch. Schmiede-Set. Schuster-Set. Kann man da kombinieren. Schneider-Set. Zwerd beschädigt, okay. Können wir das vielleicht mit einem großen Schneider-Set machen? Das haben wir auch noch. Schade. Äh, Speichern. Das war aber gerade übelst close alles nur noch, ne? Kurz vor dem Krepieren gewesen. Wie, da ist nichts drin. Ist das eigentlich komplett verarschen? Mann, Mann, Mann. Ich bin zwar gerade überfuttert, ist mir so egal. Ich muss mich erstmal regenerieren. So, auf Pappels Rücken. Ah, ne, hab ich auch noch nicht genommen. Passt. So, jetzt müssen wir zurück nach Talmberg. und es ist auch nicht mal so schlimm, weil da machen wir noch was vor. Äh, Schankwirt, Schankwirt, ne. Mehr Kämpfe, Rache-Gelüste, Schmutz sammler vom Kräuterweib, die alte Dirne, die 20 Roschmassen, äh. Das Schwerterkönig sammelt fünf Teile, gutes Fleisch. Und die Aufgabe. War gut, keine Ahnung. Eigentlich wollte ich jetzt gerade herkommen und schauen, wo wir, mit dem Jäger müssen wir reden, mit dem örtlichen, in Talmberg hat es geheißen. Ja gut, da wissen wir ja, wo er ist. Und dann schon Talmberg sind, dann komm mal her und quatsch noch kurz mit dem. Aber das war jetzt mal wieder so typische Heinrich-Aktion, du, echt. Mann, Mann, Mann. Ey, das war übelst knapp. Das Scheiße ist halt auch, wenn die Gegner, wenn die, wenn die, das so ein Einpreschen, das ist immer Scheiße. Das ist echt schwere, schwere Karte dann. Einfach herkommen und, naja, zu 14 halt, als ich im Zingel, das ist, da muss ich immer gucken, dass die irgendwie von dir weghält. Bastarde. Deswegen haben wir wichtig, sag ich mal, zwei Kippern, waren es gerade mal drei, der andere Viertel ist am Viertel gestanden, zum Glück. Manchmal war man am Arsch gewesen, dann wär's das. Mann, da hat es gerade mir eh so viel verblutet. Weil ich bin so doof, äh, im Kampf, wer wurde, der dritte, war feist der, gut, wir, meine Fresse. Also, nächstens wird er gesund. Oh, was machen wir uns ein paar Ringelblumen, äh, tata, 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 tata. Hier. Das war raus wie Gold. Haha, ich dachte, what the fuck? Wo kommt das denn her? Das wär's jetzt gewesen, so mit dem Random auf der Straße wie Gold. Juhu, kennt ihr? Weihnachtstall? Ja. Okay. Hätte auch einen anderen Weg nehmen sollen, den hier. Er schien mir von vornherein sinnvoller. Oder auch nicht. Ach, Pferd schnauft wieder. Ja, ist okay. Dann hol dich mal parallel. Vielleicht will man noch ein Lager oder so. Wer weiß. Klopf, klopf. Die Überzahl ist halt immer noch übel. Ja, Hasen soll dich killen, ne? Ach, scheiß drauf. Natürlich krass, wenn wir Hasenflässigungen kaufen könnten, damit besser wegkommen. Hehe. Was ist für ein Hügel? Ja, soll ich denn das sein? Ist ja wer verbuddelt. Kamille, nehm mal mit. Mhm. Mhm. Auf dem Boden hier ist jetzt gerade zufällig nix, oder? Schlag mal dagegen. Heinrich. Achso. Okay, passiert nix. Hm. Na gut. Interessanter Ort, der nix bringt. Aber recht. Schon wieder Pists. Das Wetter hier, wo spielt's? Polen, Tschechen? Tschechen? Tschechen. Tschechen. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung, der verwirrt. Lass mein Gehirn froh. Wir machen gleich einen Cut. Wut? Gott, schütze dich. What the fuck? Verdammt. Äh. Was machen wir dir jetzt? Ich hab ne Idee, aber das könnte blöd werden. Ende. Hm. Ähm, wir haben dich nicht ein. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Verdammt. Kann ich hier nämlich rausglitschen? Hm. Hey, pass auf. Hey. Der bewegt sich auf jeden Fall. Was ist, wenn ich mal eine Stunde warte? Was dann passiert? Scheiße. Der ist natürlich jetzt super optimal. Das ist bugfrei, ne? Scheiße. Das kann natürlich aber im Spiel jetzt eigentlich was sauber. Oh, das kann jetzt für Probleme sorge. Ja, passiert nix. Gott, schütze dich, Heinrich. Ja, was? Was? Viel Spaß. Ähm, ja. Hop, danke. Dir auch mal viel Spaß, ne? Ich, äh, hoff mal, du in Glitsch dich irgendwann. Ich, äh, gehe nach Ratai und schau, dass ich Material verkaufe. Ich hoffe, in den paar Tagen, äh, haben die wieder ein bisschen Kohle gefarmt. Ja, tolle Sache. Ganz tolle Scheiße, du Arsch. Das ist jetzt echt kacke. Da haben wir echt ein Problem jetzt. Äh, äh, ja, okay, passt. Mann, Heinrich, lauf jetzt. Was denn? Spähen. Was ist das? Überfall auf dem Weg. Spähen. Gerne. Hab ja gespeichert. Ach ja. Oh, Hilfe. Ja, ja. Äh, wo, 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 ey, Grafik, chill mal. Du jetzt auch. Meine Fresse. Gnadesstoß. Genau, drehen wir ins Knick rum. Äh, Groschen. Psst. Es werden immer mehr, das ist mir schon aufgefallen. Das trocken war, ob es nicht meine getrocknete Pilze. Sehr idioten, du Opsala. Kann ich jetzt eigentlich jetzt nicht mitnehmen. Die waren ja immer ausgefeilt, dann, ne? Lass die mal da liegen. Komm, Peppels, mal reiten weiter. Einmal ein bisschen was vor. So, wo wollte ich hin? Hier hin. Tor von Ratai. Ah, ich glaube, wir müssen dort schlafen. Scheiße. Verdammt. Das andere konnte es mir auch gerade haben. Ich konnte gar nichts abgeben, du. Hätte ich vielleicht noch ein paar Aufgaben für uns gehabt. Hm. Heinrich, jetzt mach doch einfach hin, den Lafter durch mit dem Pferd, du meine Güte. Ich würde es gerne selber rein, aber das brauchen wir halt minutentechnisch länger, aber hingegen technisch dauert es nicht. Ah, Scheiße. Ah, Tor von Ratai, das heißt, ich schenke es dort, dann könnte man auch irgendwo, an dem Schlafen irgendwo bei einem Penner, äh, Penner, Scarletzern. Das ist ein Penner. Ah, siehs. Junge. Wenn ich jetzt aber geschuldene Waren gebe, ich dabei habe, dann raste ich aus. Das war alles von Banditen, Mann. Offiziell geklaut. Ich durfte mich offiziell daran bereichern. Ich möchte nicht nix, und deswegen. Du hast liebe Sache dabei. Ich bin furcht auf alles, Mann. Sogar deinen Kopf abrasieren. Mit dem Löffel. Jetzt muss ich mir nochmal laden. Ich bin gerade ein bisschen ungeduldig. Verzeiht. Hallo. Ich will mein fucking Dorf aufbauen. Mach hinne. Warte mal, bevor wir uns jetzt hier irgendwo zwei aus dem Fenster lehnen, haben wir irgendwas dabei, was geklaut ist? Ne, nur Sachen dabei, die ziemlich am Arsch sind. Ja. Wir müssen kurz zum Schneider. Schneider. Ich hoffe, der ist noch da. Der macht immer so spät auf der Hund. halt die Fresse. Oh, du bist ein Bastard. Ah, da läuft er ja. Es irrt. Du bist ein Bixer, Alter. Mann! Weißt du, das ist nie offen. Hier pisst es an, da war. Das ist ein fucking Buggy. Das nervt. Muss ich noch mal schauen, wo das rausfischt. Das nervt übelst nur noch ab. Diese Permapisserei hier. Wenn ich da drin kein Bett, dann raste ich aus, dann gehe ich zu der Kaputt. Warte mal, ich habe hier nicht ein Bett eigentlich sogar. Warum bezahle ich überhaupt dafür? Ich habe doch hier ein Bett. Bin ich eigentlich blöd? Ich gebe doch kein Geld aus. Hui! Hui! Na ihr, was geht? Oh, Heinrich hat uns besucht. Headshot! Mann, das nervt so. Weißt du, der macht irgendwann um 12 Uhr auf, mittags, macht dann drei Stunden Mittagspause und macht um 15 Uhr wieder zu, der Arsch. Echt? So ein Sack, der Schneider, du. So was arbeiten für sein scheiß Geld. Ne, bin ich zu fein. Ne, mach ich nicht. Ne, 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 Ja, mach die Tür zu, wenn sie leiten, wenn sie reinpisst. So. Sparte ich mal hier kurz, Manuel. Nein, das war die falsche Taste. Manuel. Ja, bitte, danke. Äh, setzen. Und, haja, Bubo, bis morgen früh, bitte. Schlafen. So. Dann müssen wir noch was essen. Ach, wenigstens geht das schneller. Gut, äh, gibt es sonst gerade noch was aktuell? Nö, eigentlich nicht. Müssen wir das Materialzüter halt verkaufen. Und, oh, ich bin froh, dass man so viel Geld gerade einnehmen will. Ist so traumhaft. Dann bauen wir noch das, das Wachhaus auf, auf jeden Fall. Nach dem Wachhaus machen wir das Rathaus. Nach dem Rathaus kommt dann die, ähm, sagen wir es. Die, die, die Kirche. Ich meine, ich kann nur ein paar Stunden länger pennen. Wir machen, nee, jetzt wieder um 8 Uhr so was auf die, ah, ist jetzt so. So, Aziz, weißt, um 8 Uhr mal, nein, pst, ich muss mich drauf machen, ach, Alter, du, aber, nee, die wieder. So, Nahrung. Äh, Räuchowurst soll ich fördern? Ah, ich bin Schweinchenmodus, das ist egal. So, öffnen. Raus hier. Hab's eilig heute. Hab noch ein kleines bisschen was vor. Na, wie das ganze versifft, das Dorf hier noch pennt. Könnt ihr mal Steine hier reinhauen im Boden. Oder den Boden festigen. Ist egal. So. Dann stehen wir jetzt mal kurz beim Schneider an der Tür. Die macht erst um 10 Uhr so was auf, ohne Witz. So, bis um 10. Ach, so lästig, der Typ, der geht mal so auf den Sack. Wenn man später aufmacht, dann kann man auch noch länger offen haben. Gerade wenn es jetzt irgendwie, weiß ich, ein Schneider ist, dann kommen da Leute ein bisschen nach ihrem eigentlichen Feiern vorbei und sagen, hey, kannst du auch noch machen. Dann nimmst du die Sachen um 17 Uhr an, schaust du ein bisschen um 8 Uhr oder so, machst du am nächsten Tag halt später auf, weil, ja, es ist halt von der, vom Aufwand her nicht lohnen würde. Oder kannst du dann vormittags noch halt anfangen, sag mal, ach Gott, da gibt es Sachen, was wir mal optimieren können. Ach, hör doch auf. So, du Lutsch-Pastille, jetzt kommst du mal her. Meine Güte. So. Ja, würde ich ja mal von dir behaupten, gern, gern können. Hier reparieren wir mal alles. Für 200 hast du einen Knall. Ich habe auch zu viel Geld. 105, nö, äh, warte mal. Wir müssen erst mal reden. Äh, handeln. Wie viel hast du? Alles gut. Yo, Digga. Äh, verkaufen. Warte mal. Hä, habe ich alles dem Pferd gegeben? Scheint so. Ich hab mal her. Äh. So. Jetzt müssen wir erst mal handeln. So, und zwar verkaufe ich das, 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 das. Wenigstens hat er Geld. das. Äh, das ist ziemlich am Arsch. Ist egal, verkauf mir jetzt. Äh, nee, nee, wollte ich nicht. Danke für den Hinweis. Wie, weiß nicht so viel. Lass mich verarschen. Ich möchte wieder was drücken. Äh, das. Und dann nehmen wir noch die Lederhandschuhe. Äh, nee, die können wir nicht verkaufen. Äh, der ist noch raus. Du hältst aus dem 500, sondern der Rest wird nicht gefeilscht jetzt. Versprechen wir den... Ja, 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 ja. Also, weil du so, weil du so eine Spitzfindnase bist, kriege ich dafür 740. Zufrieden? Ja, ist er. Nee, ich hab da nicht ein Gehege. Das kannst du, das, 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 das kannst du knicken. Her mit der Kohle. Gut. So, jetzt reden wir nochmal drüber, was meine Reparatur vom anderen Zeug betrifft. Hallo. Danke. Äh, Reparatur. Alles. Feilschen. So, 173, du hast einen Dachschade. 120, höchstens. Ja, nix da. Fresse. Da. 120. Sind wir uns einig? Du bist ein Knausser. Ja, klar bin ich ein Knausser. Was glaubst du denn du? Okay, ich komm dir, sagen wir 130. Ah, 135. Ja, bei dem. Gut. Du musst mal knallhart vorgehen, den Pimmel. Äh, da war der andere. Rüstungsschmied. Lass doch die Tür auf im Sommer, Mann. Da brennt es natürlich die Hüte weg. So. Grüß dich, Werder. Ja, grüß dich, nett. Äh, lass handeln. Lass verkaufen. Und zwar, hast du, der hat kein Geld, der hat kein Geld, der hat kein Geld, der hat so ein Hundesohne. Hast du Geld? Schön, dich zu sehen. Ja, aber der hat man von deinem Gesicht behauptet. Lass mal handeln. Lass verkaufen. Oh mein Gott. Was sind denn für Hartz-IV-Empfänger? Was ist denn für ein Dorf hier, du? Wo wollen wir noch Material loswerden? Oh, warte mal, mein Lieblingsschmied. Da. So, so. Feuer. Los geht's. Auf, da brauchen wir nicht so lange, bis wir jetzt wieder da sind, sonst, äh, Heul-Modus. Ja, wir brauchen halt Kohle. Das Dorf war für uns nicht günstig gerade echt. Deswegen, gucken, dass wir echt Material herkriegen irgendwo. Oder ist gar nicht mal so verkehrt, was wir haben. Die Haus und Sieben erreichen, oder wie viel hat sich das Wachhaus? Weil das Wachhaus ist mir gerade echt wichtig. Das ist, dann kriegen die auch einen Übungsplatz später, dann können die trainieren, und dann können die das Dorf verteidigen, gegen Banditen und so weiter. Das ist meine ich, das ist umso früher, umso besser einfach, ne? Da wissen die gleich, mhm, Karl, das ist nicht so gut, aber es sei ein Geotstressschieber. Das ist nicht der Plan. Nachdem das Wachhaus aufgebaut ist, kommen wir das Rad aus, dann können wir nicht ein paar Regeln anlassen, was die ganze Käse-Sache betrifft, und dann kommen wir mal weiter. Jetzt Heinrich, lauf doch vor, Mensch. Hopp. Du ziehst vielleicht's play in die Länge. Wie geht denn die 5 cm jetzt, du Kerle, 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 Kerle. Ich kann das, wenn man es so macht, so ungeduldig ist. Mach jetzt das Struktur. Wobei, so kann man es, glaube ich, eher verdeutlichen. Für das Struktur hört sich doch ein bisschen komisch rein. Dankeschön, endlich Nach 2 Milliarden Jahren hat er es geschafft Ja, jetzt lauf, hopp Specki, was mehr aus Dauer Vor allem müssen wir noch ein ganzes Stück an vorne laufen, bis wir da sind Und weh, wir kommen jetzt zu spät und der hat zu Dann Flibby, aber weißt du, weil der kauft Immer so viel Ab, vor allem wenn er Geld hat Entschuldigung, wenn Oh, macht man schon für den Schlapp, der kleine Heidrich Soll es mal voratmen Hilft viel Was die Aussage betrifft Nix da aufzulamentieren Ja, mich auch Handeln hast du Geld Oh, leg mich doch am Arsch Das gibt's doch nicht Haben hier keiner Kohle mehr, was ist denn da los? Da war jetzt noch ein Waffelschmied Im Norden Wo ist unser Rind? Da ist unser Rind Komm mit, Rind Ei, 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 ei Ihr habt doch keine Zeit Hopp, vorwärts, bebbelt Ich hoffe, der kauft die Ich hoffe, der ist nicht ein reiner Rüstungsschmied Ähm Halt Halt, 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 halt Kommando zurück Kommando zurück Ich hab den total vergessen Shit Habe ich in den nicht früher gedacht? Da ist auch noch ein Rüstungsschmied Da hat er auch einen Rüstungssendler, sagen wir mal so Da kann er bestimmt noch Material verkaufen Das war der Das war nicht der Das war Das war der hier, glaube ich Ja Ich geb doch Hör Oh, Pebbles, du fetisch Salami Danke Otte Oh, du, der Zombie, weil er keine Augen hat Geb dir das mal Zu deinen Diensten Oh, jetzt hat er welche Äh, lass handeln Äh, perfekt Verkaufen Und zwar Das, das Silversporn Das, das Und das Warenkorb prüfen Feilschen Lässt sich was am No Was sagst du da? Hm, nee Hm, was für Ansprüche Nix da Siehst du Sag dich doch auch Oh, was, wir brauchen Verdammt Hey, hey, Otto Otto Mensch, Otto Hallo Kann man jetzt mal mit den Rädern Hallo, Heinrich Ach, Spiel Meister Schmied Ich habe ein Angebot für dich Nur zu gerne, Junge Seit wir diesen Bastard Zach zurechtgestutzt haben Herrscht hier Ruhe Und ich sei verdammt Wenn ich mich daran gewöhne Wir haben vor In Priebus Lavitz Eine Rüstungsschmiede zu bauen Und brauchen Einen Meisterschmied Rüstungen sind nicht Aus Holz gemacht, Junge Ich habe hier eine Schmiede Warum sollte ich gehen? Gott behüt dich Hm, touché Dann können wir mit dem anderen da reden Stimmt, das habe ich ganz vergessen Äh, Waffen Tu die Fackel mal weg Hm Mit dem könnten wir mit dem Slavitz nicht reden Mit den anderen Vor allem brauchen wir einen Waffenschmied Da eigentlich auch Wo waren das? Hier Kann ich hier mal drüber reindeln Mit dem Falk Ich brauche in Priebus Lavitz Einen fähigen Waffenschmied Der für meine Männer Gute Klingen fertigt Hast du Interesse? Was jetzt? Wo ich kurz davor stehe Die mächtigste Waffe Aller Zeiten zu schmieden Das Schwert der Königin von Saba Nein, nein Das nimmt all meine Zeit In Anspruch Du bist ein Arschloch Verpiss dich Ich werde dich hängen lassen Wenn du einmal Priebus Lavitz betrittst Du bist tot Oh, verpiss dich Du Töle, Alter Fresse Nimm mir vor den Füß, Läusch Du Messvieh Kann ich mit dem was anfangen? Nee Gut, dann brauchen wir doch Babels Komm mit Ja Ja Dö, dö Vor allem da kann der Da kann der sich immer noch Beweis stellen, der Junge Wäre eigentlich die optimale Sache Für den Doch, ich denke Das wäre nicht verkehrt Äh, wo war der denn? Jetzt lad doch das nicht ewig her Ja, Gott, Mann Gibt's doch nicht Ja Hey, was ist manchmal da rumlädt? Widerlich Was kotzen? So Wie geht's? Zu deinen Diensten, Herr Ritter Nö Mach's gut Wo ist dein Vater? Ach, da ist er doch Guten Tag Ich möchte dir etwas vorschlagen Hast du von Predoslawitz gehört? Was? Willst du mich in den Wald locken? Dieser Dirnenspross Otto führt wieder was im Schilde, oder? Aber ich bin nicht von gestern Mach's gut Fick dich doch, Alter Oh Mann Die Dätschkoll Sollen wir da einmal hinreiten? Auch kurz mehr Schnellreise Möchtest du wissen, ob wir das hinkriegen Jetzt noch Ei, 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 ei Es hat doch mal möglich Irgendwo ein Schmied aufzutreiben Jetzt sind wir hier Piu, 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 Piu Ah ne, hier kommst du Ich hab mal schon irgendwo halber gedacht Dass er nicht mitmacht Weiß Ahnung In Anführungszeichen Normaler Schmied ist Die aus Rateibräuch Das ist gar nicht Frage Müssen wir uns mal umhören Hallo Ach Gottes Ich die Fischplatte Da bin ich froh, wenn die rausfliegt War denn da Wim, oder? Nee Süden Back, oder? Lachen wir jetzt kurz den Fuß hin Ich hoffe, der macht mit Nein, ich will nichts von dir Ich will keinen Bogen schießen Geh weg Bist hässlich Stimmt, wir brauchen noch einen Schmied Wir brauchen noch einen Schmied Einen Schankfurt haben wir Ja, das ist ja kein Thema Aber Mr. Schmiedemeister Kommt, du hast auch hier keinen Bock mehr drauf, oder? Schönen Tag Dann fiel dir Okay, gut, sehr gerne Dann suchen wir das nächste Mal weiter Bei Kingdom Come Deliverance From the Ashes Danke fürs Zuschauen Like, teilen, kommentieren, abonnieren Nicht vergessen, wenn ein paar Vorschläge habt Oder meint, was wir machen sollten Oder wie ich mich hätte zum Beispiel bei so Auseinandersetzungen entscheiden sollen Was ihr gemacht hättet Würde mich sehr gerne interessieren Schreibt es gerne mal in die Kommentare Und ich danke euch fürs Zuschauen Durchs Begleitungsmittelalter Bis dahin Und auf Wiedersehen Tschüss Bis dahin 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 Bis dahin